Leute, es könnte in naher Zukunft eine Änderung in Ranked kommen, die erstmal nicht so geil klingt für die meisten von euch, aber wenn man genauer drüber nachdenkt, gerade für große Maps wie Stormpoint oder Broken Moon einen extrem krassen, starken Vorteil mit sich bringen könnte. Leute, aktuell ist das mit Vorsicht zu genießen, weil nicht wirklich richtig safe ist vom Leaker, dass das bestätigt ist. Bestätigt ist von einem Leaker sowieso nie was, aber es gibt ja das neue Apex Legends Global Series POI Draft System. Schweres Wort. Das wurde jetzt eingeführt und kommt erstmal zu tragen, dann richtig fett. Im zweiten Split der Global Series 2024. Die meisten Pro Gamer haben so gesagt, finde ich jetzt nicht so geil das System, aber sie müssen damit leben, denn es wurde festgelegt, dass dieses System kommen wird. Viele von euch, die das verfolgen, wissen schon, was das Draft System ist. Man kann dieses System nicht eins zu eins von den Global Series in die normalen Ranked Regeln. Für uns Ultronormalzocker, die nicht in der Pro League spielen, kannst du das nicht eins zu eins rüber machen. Das dauert zu lange, das jetzt zu erklären, warum das nicht machbar ist, aber es ist halt so, du hast Matchday 1, Matchday 2, Matchday 3 und du hast jedes Mal eine andere Zahl, die du gezogen hast, die dir zufällig zugeteilt wird, an der du an der Reihe bist, dein POI der Wahl auszuwählen. Das ist an jedem Tag irgendwie anders. Das ist quasi nicht möglich, nicht mal durch Zufall, dass du am Tag 1 des Matchdays quasi als allererstes wählen kannst, welcher dein Favorite Spot ist, an dem du landen willst und am Tag 2 könnte dir das wieder passieren. Das ist technisch so gewollt, dass das nicht geht. Da in den Global Series die Matches aber so weit feststehen, die Matchdays, die ganzen Gruppierungen, dass das alles so weit safe ist, je nachdem wie die Gruppenphasen dann natürlich durchgelaufen sind. Und in jedem Ranked Spiel, was wir, du und ich so zocken, hast du ja jedes Mal andere Gegner. Deswegen kannst du das System nicht eins zu eins umsetzen. Aber wir kommen jetzt mal zum Punkt, bevor ich ja weiter drum rum labere. Das Draft System ist nicht anderes, als die Ranked Runde startet. Das ist zumindest meine Denke, so wie es umgesetzt werden könnte für das Normale. Ich glaube nicht, dass es kommt, aber meiner Meinung nach könnte das einen positiven Effekt für alle großen Maps bringen und auch eigentlich auf allen anderen Maps, sodass da gleichmäßig innerhalb von zwei Minuten nicht zehn Teams auf einmal schon tot sind. Oder man auf Stormpoint und Broken Moon nicht eine halbe Stunde rumläuft, gefühlt und findet einfach keine Gegner. Mit diesem Draft System wird das komplett ausgeschlossen. Es wird zwar hier und da immer mal noch leere Phasen geben, das ist keine Frage, aber es ist nichts anderes, als die Ranked Runde startet. Du bist in der Lobby, die 20 Teams stehen fest und dir wird per Zufallsgenerator eine Zahl von 1 bis 20 zugelost. Und je nachdem, welche Zahl du hast, an dieser Stelle darfst du dir entweder auf World's Edge oder Broken Moon auf Stormpoint in diesem Fall. Das ist jetzt die Originalkarte, so wie sie dann für die Global Series im zweiten Split sein wird. Auf diesen beiden Maps wird gespielt. Hast du die Wahl, auf 24 Spots deiner Wahl zu landen. Wenn du zum Beispiel die Zahl 1 zufällig ziehst, bist du als allererstes dran, dir den Spot deiner Wahl auszusuchen. Und danach Platz 2, Platz 3, Platz 4, Platz 5 bis Platz 20. Und wenn der 20. dann seinen Spot gewählt hat, der hat dann noch die Wahl zwischen 4 weiteren Spots. Da ist nicht dann irgendwie der absolute Loser-Spot schlechthin, sondern du hast trotzdem noch 4 Spots, zwischen denen du wählen kannst. Und das Positive, es landen alle 20 Teams gleichzeitig. Denn es wird so sein, durch diesen Draft wählst du erstmal dein POI und dann landen, dann gibt es für jedes Team ein separates Jump Ship. Das ist quasi, als würdest du gerespawnt werden. Durch ein Respawn Beacon kommt das Schiff angeflogen. Alle Schiffe landen gleichzeitig oder schweben gleichzeitig über die gewählten POIs. Ihr droppt alle gleichzeitig. Es wird nicht mehr von Punkt A am Rand der Map bis Punkt B am Ende der Map ein Jump Ship rüberfliegen. Du musst dir quasi deinen Spot, den du gewählt hast, nicht merken und dahin fliegen, dass es irgendwie eine Strafe gibt. Sondern das Teil hält direkt am Mittelpunkt des POIs. Du droppst runter, kannst erstmal looten. Jeder hat seinen Spot. Und so kann es einfach nicht passieren. Dass vielleicht die Leute hotdroppen, schon am Anfang, wie das auf vielen Maps, gerade wenn du Silber, Bronze so spielst, da hotdroppen die ja alle wie die Bekloppten, weil du hast nicht viel zu verlieren. Und dann sind innerhalb von Minuten oder Sekunden teilweise schon 5, 6 Teams down auf einer großen Map. Und dann findest du ewig keine Gegner, wenn du vielleicht safe ein bisschen weiter weg gelandet bist. Das kann alles nicht mehr passieren. Das heißt, es passiert die ganze Zeit irgendwo was auf der Map. Und es passieren Fights. Natürlich, je nachdem wie die Rotationen sind. Das ist natürlich logisch. Es gibt natürlich auch Nachteile. Keine Frage. Also ich finde das System, wenn es denn so kommt, wie gesagt, genießt es mit Vorsicht. Das muss nicht sein, dass das passiert. Das Gerücht geht auch rum, dass wenn das kommt, dass es vielleicht nur bei den höheren Rängen ab Diamant wahrscheinlich oder ab Platin passiert. Weil es da einfach wirklich sehr, sehr anstrengend ist, noch Ranks zu spielen für die meisten von uns. Keine Frage. Müssen wir auch sagen. Also ich sehe da eine Menge positiver Aspekte. Aber man wird natürlich auch extrem in der Freiheit des Gamers beschnitten zu sagen, ich will aber nur mal da landen, weil ich da den besten Loot vermute. Das kann ich dann nicht. Wie genau das jetzt, ich blende jetzt noch mal Word Edge ein. Wie das jetzt genau zum Beispiel funktioniert, wenn ich jetzt sage, ich hole hier mal meinen Pfeil, den setze ich mal ganz hoch. Wenn ich jetzt sage, ich habe zum Beispiel Mirage Voyage, habe ich gewählt. Dann lande ich da. Wenn ich jetzt aber, wenn mein Jump Ship jetzt hier drüber fliegt, gibt es eine Strafe, die mir sagt, du kannst nicht hier rüber fliegen. Du merkst, ach, irgendwie fand ich die Wahl doch nicht so geil. Ist es möglich, aus diesem Jump Ship von hier aus noch vielleicht hier rüber zu fliegen oder dahin oder irgendwo anders hin? Oder landet eventuell dieses Jump Ship? Nein, Moment. Ich kann es mir selber erklären. Du wirst keinen, du wirst nicht in den Dive Trial kommen, sondern du springst wahrscheinlich, das macht Sinn, wahrscheinlich wird es genauso sein. Das Schiff wird dieselbe Höhe haben, als würdest du gerespawnt werden. Vielleicht wird es so sein und du kommst gar nicht erst in den Dive Trial rein, sondern du springst aus dem Schiff, landest und so kannst du gar nicht auf einem anderen Spot landen. Das ist jetzt so meine Theorie, wie man vermeiden kann, dass du vielleicht ein bisschen betrügen willst und nimmst einfach einen anderen Spot und fliegst einfach ein Stück weiter. Das ist meine Vermutung. Wie gesagt, es wahrscheinlich kommt es nicht, aber die Leaks, die Gerüchte sagen, oh, Obacht, wir müssen hier doch nochmal drüber sprechen. Es könnte sein, dass es doch kommt. Ich bin überzeugt, es wird sowieso erstmal abgewartet, wie das im zweiten Split der Global Series ankommt, wie das läuft. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich finde jetzt für die Global Series, das System vorher war okay und das neue System finde ich auch okay. Es ist ja nach wie vor so, dass nicht alle irgendwie im selben Jump Ship. Und doch, es gab vorher natürlich das Jump Ship und du musstest irgendwie dahin fliegen, wo du hin musstest. Da musstest du dich auf der Map logischerweise auskennen. Für die Pros kein Problem. Aber so landen ja alle 20 Schiffe gleichzeitig. Ich überlege gerade, was es noch für einen negativen Aspekt ist. Es gibt sicherlich eine Menge negativer Aspekte, aber ich finde das System eigentlich geil. Ich würde es irgendwie geil finden, wenn es auch für das normale Ranked System so kommt. Aber ich verstehe auch jeden, der sagt, boah bitte nicht, das möchte ich nicht haben. Ich möchte frei entscheiden, wo ich landen möchte. Aber ich denke für den Spielspaß, für jeden Einzelnen und die gesamten Squads, dass man eben nicht sagt, ich lande jetzt ganz hinten, weil ich habe halt keinen Bock zu fighten. Ich will erstmal schauen, dass ich mich bis in die Top Tens so ein bisschen, ich will jetzt nicht campen sagen als Negativbegriff irgendwie, sondern ich möchte einfach defensiv spielen, um erstmal safe die ersten 10 Teams zu überstehen und dann geht es langsam mal los. So ist das alles gleichmäßig über die Maps verteilt und jeder hat die gleiche Chance, auf Gegner zu treffen. Und wie gesagt, du findest halt auch immer Gegner, wenn du Bock hast. Du weißt ja, wo die Gegner grob sind. Also es gibt nur vier Spots oder drei Spots, die dann nicht belegt sind. Vier Spots sind dann nicht belegt. Von daher schnell looten, rotieren oder gucken, mit dem Ring mitlaufen. Ich weiß es nicht. Ich finde das neue System, wenn es denn kommen sollte, geil. Ob das nachher so geil wird in der Praxis? Bleibt abzuwarten. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Und ja, ich bin gespannt, was die Mehrheit so sagt. Schreibt es unbedingt in die Kommentare. Wie findet ihr das System? Ich feiere das irgendwie. Es bringt frischen Wind. Aber es könnte natürlich auch komplett nach hinten losgehen. Keine Frage, Leute, das war es von mir. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.